Eine informierte Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Jetzt zur Europawahl informieren und den Wiesbadener Kurier gratis digital lesen. wiesbadenerkurier.de slash Wahl Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 6. Juni. Die Hochwasserlage in Wiesbaden und dem Rheingau entspannt sich. Denn seit dem Mittwochmorgen sinken die Pegelstände wieder, das Wasser fließt langsam ab. Die Hochwasserwände werden aber weiterhin kontrolliert, versichert die Wiesbadener Feuerwehr. Ob die Region damit bis auf Weiteres das Gröbste bereits überstanden hat, lässt sich allerdings noch nicht mit Sicherheit sagen. Laut des Wiesbadener Meteorologen Dominik Jung kehrt zwar in den kommenden Tagen etwas Ruhe ein, doch die nachfolgende Prognose des europäischen Wettermodells sieht wieder erhebliche Niederschlagsmengen auf Deutschland zukommen. Bis Freitag, 14. Juni würden im Süden laut Jung schon wieder 70 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Das meiste davon soll am kommenden Wochenende vom Himmel kommen. Daher müsse mit wieder steigenden Flusspegelständen gerechnet werden. Eine gute Nachricht für alle Freibadfreunde. Als letztes der großen öffentlichen Freibäder in Wiesbaden öffnet am Samstag, 8. Juni das Wiesbadener Kallebad. Das Familienbad ist wegen der großen Liegewiesen sehr beliebt. Das Kleinfältchen, das Bad auf der Maraue sowie das Opelbad sind bereits geöffnet. Allerdings ist das Marauebad wegen des aktuellen Hochwassers derzeit geschlossen. Das Kallebad ist montags bis sonntags jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ein Räuber hat am Dienstagnachmittag in Wiesbaden-Klarental eine Angestellte eines Supermarktes mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Wie die Polizei berichtet, hat der bislang unbekannte Mann kurz vor der eigentlichen Tat den Supermarkt in der Anne-Frank-Straße als Kunde betreten. Nachdem er gegen 14.55 seinen Artikel auf das Kassenband gelegt hatte, habe er eine Schusswaffe hervorgeholt und die Kassiererin damit bedroht. Da sich die Kassenschublade jedoch nicht öffnen ließ, flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung Gördler-Straße. Der Räuber hatte braune Augen und rötliche Haare. Er trug eine blaue OP-Maske über dem Mund sowie einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Absatz an den Armen. Die Kassiererin blieb körperlich unversehrt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 06145 Neuss entgegen. Der personelle Umbruch ist beim SVW in Wiesbaden im vollen Gange. Nach dem Abstieg in die dritten Liga wird die Mannschaft der Hessen in der kommenden Saison ein neues Gesicht haben. Bislang steht fest, dass sieben Spieler, deren Verträge ausgelaufen sind, den Verein verlassen. Den einen oder anderen Abgang dürfte es freilich noch geben. Aktuell brodelt vor allem um Top-Stürmer Ivan Prettaien die Gerüchteküche. Laut Sky soll die Ausstiegsklausel im Bereich von einer Million Euro liegen. Der Stürmer hatte 13 Ligatore erzielt, dazu zwei im DFB-Pokal und eins in der Relegation. Der 1. FC Kaiserslautern, aber auch Hannover 96, der Hamburger SV, Schalke 04 und Erstligist FC Augsburg sollen interessiert sein. Offen ist auch noch, ob Nils Döring Cheftrainer bleibt oder ein neuer Coach verpflichtet wird. Viel Zeit bleibt schließlich mit Blick auf die kommende Drittligaspielzeit nicht. Der SVWW beginnt am 24. Juni mit der Vorbereitung für die neue Saison. Dass die AfD derzeit unter Erstwählern so gut ankommt, liegt laut einer aktuellen Untersuchung der Anne-Frank-Frank-Bildungsstätte insbesondere an rechten Filterblasen in der Videoplattform TikTok. Auf der Plattform kämen extreme Inhalte besonders gut an, erläutert Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte. Wer zwei solcher Videos geschaut hat, dem würden weitere mit ähnlichen Inhalten angezeigt. Das machen sich laut des Berichts Rechte und Rechtsextreme zunutze. Von den derzeit zehn erfolgreichsten Politaccounts auf TikTok gehören sechs zur AfD. Permanent würden AfD-Politiker kurze Filme hochladen, von einer unüberschaubaren Anzahl an Fan-Accounts runtergeladen, überarbeitet und erneut verbreitet. In ihren Videos gebe die Partei einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen und erstelle Feindbilder, denen den Wunsch vieler Jugendlicher nach Abgrenzung bedienten. Als Gegenmaßnahme fordert die Bildungsstätte, dass die Jugend in der politischen Kommunikation schnell ernst genommen und adäquat adressiert werden müssten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de Gude Wiesbaden Gude Wiesbaden